Yo meine Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Müllmontag und heute spielen wir das Duschspiel. Ja, wir spielen ganz richtig gehört das Duschspiel. Seid ihr auch schon alle so excited wie ich und ich weiß, oh wir haben eine Hand. Okay, die wirkt ein bisschen komisch und verschwindet auch in der Wand, aber das macht nichts. Was hier auf jeden Fall verboten ist, nicht in die Toilette kacken. Oder was soll das heißen? Nicht bestehen, Pinkeln. Okay, hier haben wir unsere Utensilien. Oh Gott, wie ist es nackt. Zum Glück ist das zensiert. Und jetzt können wir damit... Oh Gott, das ist... Die Macht ist mit mir! Ich bin ein Jedi! Ui! Weg damit. Okay, das gibt uns anscheinend die Macht, andere Dinge zu bewegen. Was ist das? Kann ich das bewegen so? Kann ich das drehen? Nein. Hör him, hör him. Vorher und him. Scheiße, ist das behindert, das Spiel. Können wir das... Ne, wir können... Okay. Also davon, jetzt haben wir hier das... Okay. Wir machen uns jetzt ein schönes Genießerbad. Ja, wir haben ja Zeit, ne? Oh, okay, das ist für unsere Haare. Ja. Äh, Moment. Weg damit. Ich will meine Haare nicht so... Was haben wir hier? Schokolade? Ich komm nicht an die... Da. Es geht nicht mehr weg. Jetzt haben wir irgendwas gemacht. Oh Gott, was... Oh. Oh Gott, das müssen wir... Äh... Oh Gott, ich seh's jetzt... Na, mein Gott, ich kann's nicht wegmachen. Oh Gott. Äh, so. Sauber... Sauber machen. Sauberkeit geht vor. Sauberkeit geht vor. So. Nehmen wir das hier noch. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, wir sind golden. Oha. Was haben wir getan? Oh Gott. Oh Gott. Ich glaube, ich hab das Spiel verloren. Ich glaub, das dürfen wir nicht machen. Oh Gott, was ist passiert? Ich kann nichts machen. Hallo? Ich höre die Vögel noch. Ich bin in den Boden gefallen. Gut, das war's mit dem Let's Play für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Äh. Äh. Ne, keine Sorge mehr. Wir starten das Spiel, äh... Direkt mal neu, weil es macht so viel Spaß und es gibt noch so viel zu erleben, was wir noch nicht erlebt haben. Ah. Ist das laut. Ist das laut? Ah! Ah! Jesus Christus im Himmel. Ah. Ah, okay. Okay. Gut. Was haben wir noch nicht erlebt in diesem Spiel? Ah. Au. Okay. Das fangen wir nett an. Oder das... Oh Gott. Einfach das. Wir nehmen jetzt das. Das sieht gesund aus. Das war doch das Böse. Ne, 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 ne. Du gehörst schön da hin. Hä? Höh. Höh? Äh. Äh. Ich will doch nur duschen. Oh Gott. Oh Gott, das war alt. Äh, zack. Oh, da unten. Und das ist um... Was machen wir hier? Oh. Hm. Okay. Meck damit. Okay, können wir jetzt hier... Ah, jetzt geht's los. Gut. So, wir machen jetzt ein Playthrough. Könnte unter... Oh Gott. Was ist das? Ach du Scheiße. Das sieht aus wie... Ne, ne, egal. Gucken wir einfach mal nicht hin. Mir ging... Ja. So. Was auch immer das an der Tür sein soll. Was zur Hölle ist das? Geh weg. Geh weg. Nein. Warum spiel ich so in Müll? Geh weg. Geh weg. 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 So. Alle Spinnen sind weg. Oh. Hallo? 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 Hier klopft wer. Hört ihr das? Hallo? Sir, können wir Ihnen helfen? Schönen guten Tag. Ich... Ähm... Brauchen Sie etwas? Ich bin nur... Ich guck noch ein bisschen... Ich... Ich seh mich nur um, ne? Ja, gut. Haben Sie viel Spaß da heute? Was soll... Ich hoffe, das ist nicht das, was ist... Was ich denke, was es ist. Okay, hier ist jetzt alles unter Wasser und da sind ganz viele Spinnen. Haben wir was noch nicht ausprobiert? Was ist damit? Lol, das ist der Reset-Knopf. Hm, das erinnert mich an täglich Christus das Möbel-Tier. Hm. Womit duschen wir denn heute? Hm. Hm. Das sieht gut aus. Nein, das war es. Hiermit. Hm. Okay. Womit duschen wir denn heute? Hm. Hiermit. Hm. Womit duschen wir denn heute? Hm. Hiermit. Womit duschen wir denn heute? Hm. Hiermit. Hm. Womit duschen wir denn heute? Nein. Okay, Spaß. Können wir jetzt auch hier raus? Oder sind wir jetzt... Okay, wir sind gefangen in unserer eigenen Dusche. Was passiert? Ich sag jetzt... Irgendwer klopft wieder. Irgendwer klopft. Was ist das? Bup. Bup. Okay. Das haben wir noch nicht benutzt. Ich... Okay. Und wenn wir das jetzt hier starten... Was sieht denn? Okay. Ich denke wir haben genug gesehen von dem Spiel. Oh Gott, da ist der Typ schon wieder. Sir, kann ich Ihnen helfen? Wenn ich ihn nicht sehe, dann ist er auch nicht da. Ah. Gut. Ich danke fürs Zusehen. Es hat... Ich hoffe es hat euch gefallen. Die letzten zwei Tage kam leider kein Leak-Video, weil ich nicht da war. Aber dafür kommt jetzt die ganze Woche wieder jeden Tag ein schönes Video. Und ich hoffe es hat euch gefallen. Und äh... Das Spiel heißt Shower Game. Googles einfach mal. Ich glaub... Ich weiß nicht woher ich das hab. Ich hab's schon vergessen. Aber... Shower Game ist der Name. Also falls ihr wirklich das Ding spielen wollt. Falls ihr noch nicht von meinem Playthrough gesehen habt, dann könnt ihr das gerne machen. Und äh... Ich bedanke mich fürs Zusehen und hoffe wir sehen uns nächsten Müllmontag wieder. Bis dann. 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 Bis dann.